Die erste Serie war ganz gut. Irgendwie zu Null mit 600 Paaren, keine Ahnung. Und die zweite Serie lief sehr, 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 sehr bescheid. 4 zu 4, 4 zu 4 auf 18 Spielen, ich glaube wirklich der Höchste bei 20, also ich bin nicht wirklich durchgebräht, naja, das bedeutet halt, dass es dann zusammen irgendwie ein Schnitt von 300, keine Ahnung, noch zwei Serien ist und den werden wir jetzt hoffentlich versuchen zu erhöhen. 18, ja, 20, ja, 22, ja, 23, ja, 24, passe, passe. 24 ran, das Licht, ja, das Licht, Kuckuck, so, ich denke, ich gucke so. So, ich lasse alles oben. 4 mal Kreuz, 2 Jungen, so 6 Karten, wahrscheinlich bei dem Rechten, er wird mich jetzt einschieben. 7, ich muss jetzt 7 gedrückt und 7 sind 14, 25. 11, ja, so waren wir, was mussten jetzt, mussten 61 sein, möglich. Ja 61 und 21 sind 82 natürlich. Erste Aufgabe überstanden. Gut das gereizt wird. 2 schlechte 0, 2 gut in Kreuz oder anderthalb gut in Kreuz. 5 zu 0 und 4 zu 4 in den ersten 2. Das ist jetzt nicht ganz so schön. Ich spiele erst aus weil es kurz ist. Okay, offensichtlich 3 Jungen und 4 mal Kao. Die Power 10 ist vielleicht gepunkt. Ja, das kann ich mir nicht vorstellen, dass Power 10 gepunkt ist. 32 haben wir schon. Ja, dann wäre der Power noch die stärkenden Karte gewesen. Das hatte ich schon fast genannt. Passe. 18? Ja 20? Ja 22? Ja 23? Ja 24? Ja 27? Ja 30? Ja Passe. Ja. Er will offensichtlich Kao 100 1 spielen. Karo. Mhm. Mhm. Okay. Ich drehe ja. Ja. 4 mal Kreuz dazu. Was? Ja. 6 und 2. 4 mal Kreuz. Das war's. Das war's. Ja. Ein schönes Krossspiel, den wir bekommen. 18. Ganz schwache 18. Martin. Passe. Dünn. Dünn. Es ist so, so dünn. So, so dünn ist das hier. Karo. Wir splitten die Bilder und spielen Karo. Und müssen versuchen, irgendwie zu gucken, was passiert. Ja, der schlimmste auch schon. Simon. 14. 15. 16. 17. 19. 19. 15. 20. 20. 20. Ich darf hier mal ausstehen, dann macht man Zweierfeldkreuz auf. Alles wird gut. K.O. einfach gewonnen. 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 Alternativlos. Wenn der läuft, sollte man eigentlich gewinnen. Mehrere knappe Geschichten. So, sprich 8, 618 und den nächsten Ansatz. Solange man gewinnt, muss man reizen. Passe. Peak. Wir drücken so. Peak. 10, 24. Wir müssen genau abbeziehen. Ach du ahnst das nicht. Das spricht dafür, dass Grundregel da auch noch drin steht. 24, 44. 48. 24. 24. 58. Der haut Peak. Wir müssen eigentlich nur noch ein Peak. Aber der Kurzwinger muss da eigentlich stehen. So, jetzt gibt es noch zwei Stiche. Ja. Ja. Wir werfen ab und holen uns den Rest. 58, 67, 65, 73. Oh, ich hab richtig mitgezählt. Einfach Peak gewinnen. So. 3, Asse, Karo, Bauer. 18. Ich hab kein gutes Gefühl. Passe. 18. 20. Passe. Bin ich unzufrieden. So. Peak. Ja. Zwei. Wir haben hier alles. Und die Mittelhand schlechteste Positionen. Kein Asse in der Hand. Ein Pass in der Hand. Was schlagen wir hier noch? 14 Sekunden. Schauen wir die noch mal auf, 32. Wenn wir echt noch 60 Minuten. Nicht gut überlegt. Passe. Das Problem ist, ich habe halt gedacht, wenn er herzen bestellt hat, ist alles blöd. Das Problem ist nur, wenn er herzen bestellte und er sich die auf Karo 9 lang gestellte hat, wäre es halt nichts gewesen. So, was machen wir jetzt hier? Herz spielen. Herz. Und spielen. Ich kusche trotzdem aus. Zwei. Dann nehmen wir mit. Zwei. Ja, die 40 Punkte waren erinnerlich. Dafür haben wir das Spiel witzigerweise Schneider gewonnen mit vier Stichen Abgaben. Auch ein seltenes Motiv. Passe. 18. Passe. Kommt sogar ran. Das ist noch schöner geworden. Es war nur Rumpf, aber stabiler Beikater. So, drei. Es gibt keine Bank mehr. Wieder vergessen, welche Dame ich gedrückt habe. Okay. Ja, es hat ein sehr langes Wochenende aufgeblieben. 14, 17. Dann war offensichtlich Bietgaden. Das kann eigentlich hier auch nicht sein, dass der irgendwie... Weil er hat die Dame aufgelegt, wenn er blank gewesen wäre, hat er die 9 draufgelegt. Das ist jetzt nicht passiert. Kommt auf Herzkönig. Ich bin trotzdem trumpf. Und melde erst dann noch Kampschneiden. Ja. Ja. Passe. 18. Passe. Ach, ja. Ich glaube, es geht schon wieder viel zu leise. So, wir haben vier Trumpf. Herz ist Trumpf. Mal gucken, was unser Mann aufmacht. Unter dem Ast kann ich mir nicht vorstellen, dass hier ein Zug kommt bei dem Format. Also, da muss man schon wirklich die guten Gegner am Tisch haben. So gefühlt sind die Gegner, naja. Ich bin damals nie untermass. 24 und 14, 38. 52. Ja, den lassen wir da um. Ich habe nicht aufgepasst. Ich habe nicht gesehen. Den muss ich stechen. Kreuz 7 spielen. Ja. Da muss er stechen. Genau. Er hat Knappkönig gedrückt leider und hat, glaube ich, deswegen knapp geworden. 52 hat er schon gehabt. König gedrückt. 56. 68. 63 muss er haben. Ja. 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 Das stimmt, die K. 18. Ja. Schon gespielt, aber erfolglos. 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 Passe. Würde mein Rumpel. Die Röpfung. Passe. So, den Karo haben wir rausgenommen. Herz, Hand ist er zu schwach. Ich hätte gerne Herz 7 gefällt. Oder wer? Es wäre schön, wenn er ein Herz auslegt, sonst hätte ich ein bisschen schlechte Laune. Ist gut. Kreuz. Nee. Und jetzt zeigen wir uns den zweiten Schuss. Okay. In der da. Ja. Jetzt sagen wir uns den zweiten Schuss. 18 sage ich, passe, 18, passe, jetzt wieder gerne, aber, oh was habe ich jetzt gemacht, Oh, ich wollte Kreuz ansagen, was mache ich denn da, was mache ich denn da? Ok, der Kreuz wäre gegen 5 gegangen. So, jetzt wollen wir aber das Ding hier noch, 13 und 17, 30, mein Plan ist jetzt kurz kühlig, auf 34, 14, und dann muss ich ja noch einen Peak drin haben, und sind wirklich an dem Spiel. Also, das war jetzt, das ist auch sensationell, dass sowas jetzt dabei ist. Heute zum Kreuz antreten, da klickt mich Rückaufgaben, die Karte steht, sehr interessant, und ich gewinne trotzdem, ok, jetzt haben wir ein optisches Karo-Spiel, aber im Mittelhand. Peak wäre gut, oder Kreuzeinschub, auch kein Herzbild oder so. Boah, wie die Karte dran stand. Den Kreuz hätte ich gegen 5 ziemlich sicher verloren, gerade weil der 2K ist. Ich weiß nicht, wie ich den hinter steuern kann. Ja, das Bild ist die größte Katastrophe. Peak als Lammung. Das ist übrigens wirklich live. das ist ganz schön. da schaff ich mit Götzke. ich hab kein komplex gefühlt am jeden fall 64 oh gott so dass die liste gleich vorbei ist ich spiel mich hier gerade 18 ja 20 pass aus 20 jetzt haben wir vielleicht mal eine chance auf 40 punkte 22 ja passe ich glaube 0 mache ich auch kauf auf weil ich den herz abwurf kreuz über kaos und über die macken auf 18 ja 20 ja 22 ja 23 ja 24 passe passe so dann haben wir diese 70 punkte liste oder was auch immer das waren diese viel zu vier waren glaube ich 77 gute fast wieder kompensiert und auch sehr interessant beziehungsweise vielleicht auch sehr glücklich gefühlt hätte diese liste hier auch ganz anders ausgehen können ja wahrscheinlich oh was hab ich denn da gemacht ja kompletten aussenzer ja ok hab ich ihm den schneider geschenkt ja ok das war die eine der kuriosesten 18er ranglisten auf dem sonntagabend bis bald bis bald bis bald wir schon wir mal und bis bald Untertitelung des ZDF, 2020